Sobald er nicht kriegt, wird er disconnectiert. Ja, weil jetzt auch noch Haddonfield, Key, Main... Das ist zu viel für einen Killer. Schau dir mal die Little Offerings an, Main. Nein, wer hat denn gedroppt, dass er seine Killer schick spawnt? Ich nicht. Das war von mir vorhin noch drin, glaub ich. Scheiße. Nein. Du hast aber auch nichts mehr gesagt. Scheiße. Ich denk doch da immer nicht dran. Naja, vielleicht spawns ja trotzdem in Main. Naja, das glaub ich jetzt nicht weniger, aber egal. Irgendeins von beiden setzt sich durch, ha? Aber es gibt ja keine Killer-Shack. Ich denk das. Dann dürfte das doch eigentlich gar nicht als Offering benutzt werden. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich find's gut, dass wir es mal probiert haben. Hm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Main spawnt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Killer schon disconnected hat. Meinst du? Ja, ich glaub schon. Okay. Sind wir mal jetzt so pessimistisch. Also das hab ich auch noch nie gemacht. Dass ich quasi gesehen hab, da waren irgendwelche krassen Offerings. Und dann hab ich quasi einen Stecker gezogen vor dem Spiel. Also das hab ich auch noch nie gemacht. So, dann wird's Zeit, Frederik. Also im Spiel disconnected natürlich schon oft. Schaut, da tut sich gar nix mehr. Ich glaub, da ist raus. Nö, der ist raus. Ich glaub's auch. Da tut sich wirklich null. Da tut sich... Naja, wobei jetzt... Vielleicht ist er doch noch drin, Frederik. Der ist raus. Das singen wir ja jetzt gleich. Dauert halt schon echt lang, ne? Wollen wir's let it start? Das heißt... Und der ist weg. Also komm... Der ist raus, glaub ich, ja. Wir wären doch schon längst im... Wir wären doch schon längst im Game, oder? Oder? Weil manchmal hat's schon so lange gedauert, bis es geladen hatte. Warte, der Server lag wie die Sau, das kann auch sein. Naja, ich glaub der ist raus. Ja. Ja, das reicht. Ja, 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 ja. Nice. Der hat zehnhörig. Ja, da war... Du musst mir überlegen. Der hat quasi sein komplettes Spiel... ...hat der abgebucht. Vor allem, der hat auch noch ein Ding rein. In Sacrificial Cake. Mein Gott. Was für ein Blast, ey. Was für ein Blast, ey. Was für ein Blast. Was für ein Blast.